Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen Freitagmorgen, 23. Dezember 2016. Es begrüsst euch mit einem warmen Grütti, der Poughkeepsie Martin Rechsteiner. Heute habe ich die folgenden Themen mit dabei für euch. Zum einen beginnen wir mit LG hier in der Schweiz, dann mit Nokia, wir haben ein bisschen VW im Petto. Android Wear ist mit dabei, Pokémon Go und Rollercoaster, sprich zweimal ein bisschen spielen. Dann ein Vogel, der einer Drohne ähnelt oder umgekehrt eine Drohne, die einem Vogel ähnelt. Und es ist kein Neuland mehr in Sicht. Ja, beginnen wir chronologisch wie voraufgezählt mit LG. Die neuen Desktop-Monitore, die LG an der Apple Keynote vorgestellt hat. Ja, draussen sind sie jetzt mittlerweile weltweit bis eigentlich auf die Schweiz. Denn bei LG hat jemand nicht ganz so viel überlegt und vergessen, die Schweizer Stecker beizulegen. Ja, ähm, passiert gewissen Firmen immer wieder solche Geschichten. Ist einfach nervig. Liebes LG, bitte nachbessern und bringt uns doch diese Monitore für all diejenigen, die das brauchen und gerne möchten. Ist ja kurz vor Weihnachten und da gibt der eine oder andere gerne mal noch ein bisschen Geld aus. Ja, Nokia will ja, wenn man den Gerüchten glauben, schenken möchte, im nächsten Jahr wieder mit Smartphones auf den Markt kommen. Dazu brauchen sie anscheinend noch ein bisschen Geld. Da fehlt das eine oder andere, der eine oder andere Rappen, wie auch immer. Dadurch, dass sie im 2013 die NSN übernommen haben, also Alcatel, Lucel etc., haben sie noch ein paar Patente im Portfolio. Und mit denen gehen sie jetzt gegen Apple vor. In Deutschland, wie aber auch in Amerika. Und da möchten sie doch das eine oder andere Währungseinheitchen haben von Apple. Mal schauen, wie weit das sie damit kommen. VAUE hat ihn vorgestellt. Das Thema habe ich eigentlich nur mit reingenommen, weil meine Schwester eigentlich ein grosser Käfer und auch Bulli-Fan ist. Und den gibt es jetzt dann, also heisst jetzt dann, ab 2020 soll es den auch in Elektro geben. Erste Bilder und solche Geschichten wurden schon veröffentlicht. Und wer könnte das nicht anders als auf Mobile Geeks nachzulesen. Dann haben wir für euch Uber. Die haben auch ein bisschen was mit Elektronik zu tun. Denn in Madrid haben sie ihre Elektronikflotte, sprich die Tesla-Flotte, auf den Markt geschmissen. Uber One nennt sich das Ganze. Da könnt ihr euch jetzt solche Tesla-Modelle bestellen, wenn ihr da mal unterwegs seid. Ja, dann gehen wir jetzt doch in die Spiele-Ecke über. Wir haben gerade erst in der aktuellen Woche noch darüber gesprochen. Pokémon Go, die App für die Apple Watch, liess ja auf sich warten. Und es hiess ja, coming soon. 2016 hätte es kommen sollen. Es hat jetzt also doch geklappt. Heute Abend, am 22. Oktober, Dezember, hat es endlich geklappt. Es kam ein Update raus. Und endlich habt ihr, liebe Spieler, auch Pokémon Go auf eure Apple Watch. Könnt da eure Eier ausbrüten und was da noch alles so möglich ist. Da werde ich dann den Jan das nächste Mal fragen, wie das ist, da ich das Spiel nicht wirklich für mich entdeckt habe. Ein zweites Spiel, was ich für euch habe, ist Rollercoaster Tycoon. Ein Klassiker kennt man früher. Oder besser gesagt, haben viele von euch sicherlich früher gespielt auf dem Rechner in eurer Kindheit. Das Ganze gibt es jetzt auch für iOS und Android. Wer also unterwegs da weiß ein bisschen was zusammenbasteln will, sollte sich das App mal ein bisschen genauer anschauen. Dann haben die Schweizer ETH-Forscher in Lausanne eine Drohne entwickelt, die einem Vogel ähnelt. Der kann besonders schnell fliegen und besonders gut Kurven fliegen. Wie das Ganze ausschaut? Es sind 7,6 Meter pro Sekunde, also ca. 27,36 Stundenkilometer, die er erreichen kann. Dann könnt ihr euch in einem Video auf 20minuten.ch anschauen. Wir haben natürlich den Link bei uns auf daily.geekdog.ch in den Shownotes verlinkt. Und zu guter Letzt. Es hat begonnen, ich mag mich nicht mehr genau erinnern, in welchem Jahr und Zeitpunkt, aber zumindest vor 74 Folgen mit einem Podcast, den der Casci und der Palle, Sascha Pallenberger, zusammen ins Leben gerufen haben. Damals haben sie über dieses Neuland berichtet, haben uns recht lange jetzt begleitet, wie gesagt, 74 Folgen. Lang in relativ unregelmässigen Abständen ist das Ganze gehalten worden, aber immer wieder mal interessant, die beiden Jungs, die man sonst eigentlich eher von irgendwelchen YouTube-Videos oder vor allem natürlich von ihren beiden Blogs und Portalen her kennt, auch mal zu hören, wenn sie ein bisschen ungezwungener gesprochen haben. Und mit der 75. Folge geht der Neuland-Podcast vorerst mal in Rente, in Pause. Sehr, sehr schade. Wer mag, kann sich da noch verewigen. Sie haben da ja ihr Zuhörtelefon, wo man das Ganze ein bisschen Text aufsprechen kann. Da habt ihr jetzt die Möglichkeit, euch da noch mit reinzubringen und in der 75. und aktuell letzten Folge zu landen. In diesem Sinne, besten Dank euch beiden, Sascha und Cashy, vielen Dank für die tollen Folgen. Und wer weiß, vielleicht hört man euch irgendwo bald wieder mal. Ich glaube, das könnte passieren. Ja, könnte passieren, tut es auch hier. Denn Freitag ist mein letzter Tag. Sprich, ab nächster Woche ist der Achim wieder für euch da. Montagfrüh wird er starten um 4 Uhr mit der nächsten Folge für euch. Da wird es spannend werden, denn er wird im Mitte der Woche, glaube ich, circa, oder gegen Ende der Woche, wird er noch nach Amerika fliegen. Bin mal sehr gespannt, wie das mit den Folgen wird. Wird er auf jeden Fall sicherlich wieder toll meistern. Und ich freue mich schon auf die ganzen Folgen mit ihm. In diesem Sinne bedanke ich mich euch vielmals bei euch, dass ihr wieder reingehört habt. Ich bedanke mich für euer Feedback. Und ja, wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder. Nach dem Jahr komme ja dann ich wieder dran im neuen Jahr. In diesem Sinne darf ich euch natürlich auch noch neben schönen Weihnachten schon mal einen schönen Rutsch wünschen. Und ja, hört uns doch auch im grossen Geek Talk zu. Da gibt es die ein oder andere Folge noch in diesem Jahr. In diesem Sinne euch einen wunderschönen und vor allem erfolgreichen Tag. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.